Das war auch einmal im Ort die eine Altebiker Wurst, die ich animiert, darf man das nicht so sehr halten. Die Tochter, die schnell sind, die Treibstoffe, die sind absolut nicht professionell. Ich glaube, es ist auch ein paar Beispiele dabei, die solche Probleme haben. So, dann kommt die Seine weg. Ich spüre, wie heiß das ist. Ich spüre auch, wie heiß das ist. Ich spüre, 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 wie heiß das ist. Ich finde, das passt mir auch gar nicht so schlecht. Ich finde es super, wir klingen schlecht. Das ist jetzt ganz was Neues, finde ich. Das ist lustig. Ich habe Militärbibleshops gehabt, das ist natürlich ganz was Handelers. Das war Ihr erstes Mal, Das war irgendwo in einem Babyshop und das war auch eine Frau, das war für sie das erste Mal, dass sie so etwas gemacht hat. Genug der Gewalt. Das ist überhaupt kein Korb. Für mich auf jeden Fall. Für mich ist die größte Freude. Freut mich auch. Sie sind auch daran gewöhnt, dass ich im Sommer so komische Frisuren trage. Na, meistens schneide ich es einfach selber mit, und mische mir ganz weg. Mhm. Aber zum Passieren selber habe ich nicht getraut. Irgendwie denke ich mir, allein das ist... Wir haben Ihnen jetzt ein Händeschiff. Nee? Ja, gleich. Ich bin gleich nicht... Ich bin gleich nicht. Ich bin gleich nicht mehr. Aber das ist eine große Frage, die sich auf jeden Fall geführt hat. Ich bin gleich nicht mehr, wenn ich Ihnen sehr độ. Ich bin gleich nicht mehr. Vielen Dank.